Stehe ich auch nicht so, ich bin ein richtiger Mann. Ich laufe immer einen ganz kurz. Immer ohne Hohbuchse. Aber ohne Haare an den Beinen. Untenrum frei und rasiert. Bei diesem Titel sind wir in Fachgesprächen, wo geht die Sonne auf? Wie kriegen wir seine Füße am besten? Ja, ich bin Henning Fengels, 27 Jahre alt. Aber die Frage? Warum Ultra? Einmal die Herausforderung. Kann ich das? Was schaffe ich, 100 Kilometer zu laufen? Ich bin einen Marathon gelaufen, bin durchs Ziel gekommen und habe gedacht, hä? Das ist das, wovon alle reden und das hat mir nicht gereicht. Ich glaube, ich will einfach wissen, ob ich 100 Kilometer laufen kann.